Ein altes Hotel in Berlin. Die 19-jährige Katinka ist dort aufgewachsen. Jetzt kehrt sie nach Hause zurück. Mysteriöse Gäste kreuzen ihren Weg. Wie aus dem Nichts taucht eine seltsame schwarze Katze auf. Und für das Gemälde eines Panthers zeigen zu viele Gäste Interesse. Katinka weiß, irgendetwas geht hier vor. Sie spürt, dass das Hotel ein Geheimnis birgt. Und sie ahnt, dass ihre Familie mehr weiß, als sie zugibt. Je weiter Katinka der Geschichte des Hotels auf die Spur kommt, desto mehr erfährt sie auch über ihre eigene Vergangenheit. Und sie entdeckt Unglaubliches. Das Lächeln des Panthers von Johannes Groschupf. Die Spur kommen, die die Sch Chiffen aus. Die Schiffen ers especialmente. Die Schiffen erscheinen. Die Schiffen erscheinen. Sie in die Schiffen erscheinen. Vielen Dank.